So, zurück sind wir! Was für eine Hasisform haben wir denn jetzt eigentlich in Ewigkeitszeiten nicht mehr gespielt? Könnte ich nicht sagen. Keine Ahnung. Nacht. Oh, wir können Popcorn machen. Mit Korn. Wir haben doch Korn irgendwo. Wir müssen uns unbedingt um mehr Essen zu machen. Ich möchte, dass ich mit dem Zeitpunkt machen kann. Ich möchte, dass ich mit dem Zeitpunkt machen kann. Wir werden erst mit beiden Händen. Wir können uns nochmal was gönnen. Wie komme ich nicht wirklich raus? Ich glaube, es wird wieder hell. Was? Pearl Peaks haben wir doch auch. Moment. Nein, das wollte ich nicht. Wir haben doch alles in unserer Kiste. Wir haben doch alles in unserer Kiste. Nein. Oder auch nicht. Okay. Dann brauchen wir immer noch Essen. Jetzt wird es aber wieder hell. Was ist zumindest? Noooo. Haha. Waaah. Ah!!! Oh. Ohohhohohohohohohoho. Ohohohohoho. Ich habe damit nicht gerechnet. Ich habe damit nicht gerechnet. Habe ich nicht mal vorwarnen. Ist es noch da? Jetzt habe ich mein Schwert. Bist du noch da? Ja, da ist es. Ah, da ist es. Nein, ich habe aus dem Spiel geklickt. Ich habe aus dem Spiel geklickt. Ich glaube, ich kann den Ton etwas lauter machen. Das macht dem nix. Kann es endlich mal Tag werden? Ja, wir regenerieren uns. Es ist Tag. Was war das für ein Plop? Genug geschlafen. Oh, Tomaten. Oh, mein kleiner Punkt. Nein. Oh, da ist ein Knopf. Ja, das ist ein Knopf. Mal gucken, ob der noch ein bisschen weiterkommt. Ich will gar nicht kämpfen. Lass mich in Ruhe. Du denn? Ach, du bist... Ach so, hi. Er hat uns verlassen. Nein. Das hätte ich gerne. Ja, die schon wieder. Was ist, wenn ich den fälle? Oh, oh. Oh. Oh, Pülzchen. Oh, Pädeln. Ah. Ah, ha, ha, ha. Die kriegen, glaube ich, Pülze. Jetzt ist der Ton etwas laut. An diese Toneinstellungen immer. Dann kommt. Gib nach. Vielen Dank. Ja komm, wird das irgendwann noch einmal was? Du bist nicht willkommen bei dieser kleinen Runde. Ähm, Hützehacken der etwas anderen Art. Oh, so viele! Das ist ein guter Trick und mir ist da was eingefallen. Ich wollte mir... Hey! Eine Tür. Und noch ein... Ah, ich hab nichts geklaut, ich hab nichts geklaut. Du kannst mir gar nichts. Und noch ein Feuerchen. Aufsammeln. Jetzt müssen wir da hoch. Warte, da war ja Kohle. Können wir auch noch geben. Können wir... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich habe das nicht mehr. 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 Ich darf noch ein bisschen schlafen. Dann dürfte sie wieder gut sein. Ich habe das nicht mehr. 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 Ich weiß nicht mehr, wer du warst. Warst du Gunnar? Nein! Ich habe das nicht mehr. Nein! Lass mich in Ruhe! Hi Papagei! Lass mich auch in Ruhe, ja? Oh, hi! Duей! So war's nicht Gunnar. Ja. Um Lake zu Paris zu nehmen. ich habe keine Zeit für dich lass mich lass mich ist doch so früh am Morgen da muss keiner getötet werden wir können probieren ob wir diese Dings irgendwie einpflanzen können wir brauchen irgendwann anders Hi ja ja ich verpieße mich ja frag mich immer ob man den Ton hört oder nicht wo bist du lass mich hier in Ruhe was wäre noch interessant so Hi ich will aber die Welt ist nicht so weit runter tot aber ja wir haben noch dann los Vielen Dank.